ok wo bin ich jetzt hier muss ich mal gucken wo ich bin alle an bord da hat das mal eine nebenquest hier ist der zug ich glaube so rum war ich da oben ist mein trupp ich glaube hier war ich auch schon immer gerade immer sicher waldgebiet muss ich noch machen dann lassen von dem wir zurückkommen und fahren mit dem zug etwas weiter dass ich ein bisschen in bewegung bin so ungefähr dahin also monkey geräusche in dem spiel sind echt dubios ich brauche was zu futtern demnächst ja der zug fährt ohne euch weg hahaha aber ich kann anhalten so jetzt das ist doch ich dachte das hatte ich schon mal dann machen wir einfach einen neuen trupp weil da brauche ich nicht so viele so nehmen wir den hier und nehmen wir den muss auf jeden fall meinen trupp erweitern und den hier so die sind auf jeden fall fit für die suche so was haben wir hier erkunden ja ich habe keine vorteilhaften eigenschaften das habe ich jetzt vergessen zu schauen äh wählen dann nehmen wir nämlich die mit umleiten und gleichzeitig ups äh was mache ich denn ach ich drücke immer falsch so tü 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 But wir brauchen auf jeden fall mal essen was zu essen Okay, Waldgebiet. Holzhacken. Dann mach mal. Ja, ein paar gute Bäume gefällt. Oh, 88, das ist gut. Das ist sehr gut. Zurück zum Zug, würde ich doch mal sagen. Ach nee, da war auch was. Ah, Mist. Kann ich noch umleiten? Ja. So. Kommt da was denn hier? Sieht doch fast so aus. Bauernhaus. Okay, das ist... Oh, du findest zwei junge Mädchen, die sich einen Mäntel umklammern an und anlehnen. Das ältere Mädchen fasst schon eine junge Frau, beschützt ihre Schwester sehr. Obwohl deine Soldaten versuchen, nicht bedroht zu wirken, sie das ältere Mädchen keinen anderen Ausweg, als vorzuschlagen, sie können sie im Austausch für ihre Sicherheit bezahlen. Sie zieht ihren Mantel etwas zur Seite und blödscht ein kleines Stück Soldaten nehmen, ihr Angebot absichtlich nicht wahr und zahlen sich beide landwirtschaftliche Geräte um. Okay. Ihr habt aber viele landwirtschaftliche Geräte hier. Landwirtschaftliche Geräte bringen uns nicht näher zur Heimat. Aber kann man auch schlachten. Die Sache wurde etwas klarer und die Spannung nicht. Die Jury erklärte, dass ihr Bauernhof wiederholt von der Soldaten der roten und weißen Arme in geblündet wurde, bis nichts mehr übrig war. Ihre Eltern wurden während eines Streits ermordet und die Schwester blieb allein zurück, um entweder zu verhungern oder zu erfrieren. So, lieber Jet, falls ihr noch aktiv seid, eins für helfen, zwei für verlassen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, sind die Katze durchgemein. Schweres Herzen, kehrt die Soldaten und trug zurück. Ist auch eine Tragödie, aber es gibt viele Kinder, die sind im Verbürgerkrieg zerrissen Land. Super. Hast mich um mein Zeug gebracht hier. So, haben wir noch was in der Nähe? Nein, dann würde ich sagen zum Zug zurück. Der kann auch ein bisschen fahren. Also bis hier ungefähr. Und dann gucken wir uns mal eine Mannschaft mal an. im Pausermodus. So. Pausieren. Ach, ne, das ist falsch. Ich wollte doch was anderes. Hier. Das wollte ich einmal durchgehen. Okay. Hoi! Dann machen wir hier, äh, das hier. Das war alles schön gleichmäßig erweitern. Okay. Der hat sonst nichts. Mhm. Okay. Der hat auch nichts Besonderes. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Äh, fitter machen wir hier. Also ich probiere immer eins nach dem anderen zu machen, das gleichmäßig verteilt ist. Oh, was bringt. Keine Ahnung. Ich mach einfach mal. So, der hat sonst nichts Besonderes. Ah, doch, hier. Äh, Sanitäter, Arbeiter oder Gewehrschütze, Granadier oder Kundschafter oder MG-Schütze. Ich glaub, ich brauch ein bisschen mehr Kundschafter. Die waren doch nicht so schlecht. Mhm. So. So. Das gibt's auch nichts Neues. Hier gibt's auch nichts Neues. Und hier gibt's auch nichts Neues. Dann gucken wir uns den Zug an. Ob ich hier noch was erweitern kann. Würde mich mal interessieren. Sprengstoff, Truppversorgung. Nee, das ist nur die Munitionstaschen, wo ich hier machen kann. Verbesserte Winter. Was brauche ich da? 500 Stoff. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Dann mach ich das nämlich auch, falls das nämlich kühler wird. Gewehrmunitionstaschen, Sanitäts, Sprengstoff, Maschinen. Nee, leider nicht. Das waren nur diese Bequemisch-Stiefel. Und sonst kann ich noch überlegen, sowas zu machen. Erhebt die Trefferchance von Handfeuerwaffen. Schaden von Gewehren. Reduziert Nachleidezeit. Zeit zum Ziehen von Scharfschützengewehren um 30%. Und Nachleidezeit um 20%. Das könnte ich mir überlegen. Was haben wir denn jetzt? Gleich Tag. Nee, abbrechen. Nur den hier. Gut. Dann lassen wir die mal näher kommen. Hm. Ja. Tutut. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ob wir hier wenigstens eine Chance haben, was zu kriegen. Oder ob wieder irgendwo ein Kampf zwischen dem Kampf stattfindet. Oh, ich habe mal ein Liter zu essen. Da muss ich auch ein Auge drauf haben. Vor allem auch, was Geld angeht. Da muss man auch immer aufpassen. Mhm. Mhm. Genau. So, der Zug hier in einem kleinen Bahnhof, in einem warmen Mantelgehöhlt, saß hier mal davor und rauchte Pfeife. Es war ein Legionär. War das nicht irgendwie römisch? Endlich seid ihr da. Ich habe schon auf euren Zug gewartet. Kommt mit in den Bahnhof. Ich habe Tee gemacht. Leistung der Gesellschaft. Bring lieber mal essen. Er hatte graue Haare, war schon fast älter und wirkte freundlich. Er wies sich als geborene Geschichtenerzähler und die Soldaten plauderten mit ihm, als wären sie alte Freunde. Er begann von seinen gefallenen Freunden zu erzählen. Das konnte eine lange Geschichte werden. So. Lieber Chat, wenn ihr aktiv sein wollt, eins oder zwei in dem Chat. Zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Keine Reaktion. Ah, Siebik hat sie reagiert. Gut. Sehr schön, wenn man mitmacht. Du mit einer Zwei. Musst du die Tast mal testen. Er erzählt von einem Mann namens Gratowille, dessen Leben in der Cheforskai begann und auf dem sibirischen Trakt endete. Eigentlich wollte er Sattler werden, doch dann flogte ihm das Gehämmer einer Best-Bötcher-Werkstatt und die scheinbar Fröhlichkeit, die darin herrschte. Ich dachte, er wollte eine kurze Geschichte erzählen, das ist ja schlimmer wie ich. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Der Meister-Bötcher war knauserig und ließ ihn wie ein Pferd schuften. Jede Nacht weinte er vor Hunger. Memme. Seine Mutter flehte, ihren Spindeldürrensohn an die Zukunft aufzugeben, doch Gratow spielte durch. Schließlich überzeugte er einen Meister-Bötcher aus Gratow davon aufzuhören und er wurde schließlich noch durch Sattler. Es lief gut für ihn, doch dann kam der Krieg. Er musste losziehen, wieder weinte seine Mutter und er weinte mit ihr. Was ist denn das für ein Militärstyp? Vor allem, ich habe gesagt, gönnen wir einen Moment der Ruhe und er laberte trotzdem. Wie wäre erst die große Geschichte? Schließlich landete er wieder in Österreich als Sattler. Der Beruf wurde gebraucht und für die Front war er zu schwach. Einsam dachte Gratow will an die Heimat, aß die Äpfel, die mir seine Mutter eingepackt hatte, während er scheinbar gegen sein Volk arbeitete. Als er letzten aß, fühlte er sich wie ein Abschied an. Dann wurde der Krieg schlimmer. Nun mussten alle an die Front. Dort machte ihn unternötig das Leben zur Hölle. Gratow will dachte daran, zu uns von jetzt überzulaufen, doch dann begann ihr Siegeszug und wurde gefangen genommen. Später trat er im anderen Tschechien der sowjetischen Armee bei und kämpfte schließlich gegen die Österreicher. Extrem viel zu lesen und es ist anscheinend die kurze Version. Nach ein paar friedlichen Monaten in der Ukraine war es Zeit, heimzukehren. In Inchinka stieg er einen Zug, dort traf er den Geschichtenerzähler. Er war ein sanfter, liebenswerter Mensch. Ich weiß, deine Geschichte ist nicht so spannend, aber ich mag ihre allgemeine Gültigkeit. Es gibt so viel, gerade schon wird es auf diesem Weg. Hinter jedem Gesicht verbirgt sich eine lange, wunderbare Geschichte, die wir aber nicht hören wollen. Die Soldaten lauschten gebannt und dachten an die Geschichten, die sie gehört hatten und an die, die sie nie hören würden. Niemand fragte, wie er starb. Diese Geschichte braucht es sich nicht zu hören. Braucht sie sich zu hören. Ne? Ja. Moral, immerhin. Oh, wir kriegen ein Gewehr und eine Munition. Ach, wie süß. Ein neuer Soldat. Ah, sehr schön. Toll. Und was kann ich noch machen? Händler? Leute, ich brauche was zu essen. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo, Pinguin. Ich brauche was zu essen. Ne, ich mache halt Treibstoff mit. Das brauchen wir auch. So. Zukunftstellung bringt mir ja nichts. Pinguin ausgeschlafen, ja. So. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter. Aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Also wenn die Nahrung bei 20 ist, muss ich leider rationieren, liebe Freunde. Muss man den Gürtel enger schnüren. Ah. Also schneller fahren mache ich mit Absicht nicht. Aber ich kann hier natürlich schneller machen. Äh, wegen dem Treibstoff. Höh, wegen dem Treibstoff. So. Dann halten wir mal hier kurz an. Halten inne. Trupp auswählen. Seid ihr fit? Jawohl. So, dann machen wir das doch hier. So, mal ein bisschen schneller. Also das Dorf betrifft, bemerkst du, dass draußen weder Kinder spielen noch Hunde bellen. Aber ein paar Leute sind zu sehen. Sie würden verzweifelt, hungrig und blass. Als ein Soldaten die Dorfmitte erreichen, begrüßt ein Mann deinen Trupp und stellt sich als der Bürgermeister vor. Was ist denn hier passiert? Was passiert ist? Zuerst kauften eures Gleichen ein Großer und so Vorräte, dann kamen die Roten, dann die Weißen. Na toll. Die kauften deren Vorräte? Ja, da hätten sie halt nicht verkauft. Im April habe ich Geburtstag. Kann ich ein T-Shirt wünschen. Beruhigen Sie sich, Herr Bürgermeister. Oh, 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 oh. Das werde ich nicht. Hier ist nichts mehr übrig. Keine Nahrung, keine leistungsfähige Männer, nichts. Was wollt ihr? Ihr könnt uns nichts wegnehmen. Oh, oh. So, lieber Chat. Mal gucken, ob ihr mich vernichtet. Eins, zwei oder drei in den Chat schreiben. Zehn Sekunden habt ihr Zeit. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ende. Okay. Pigouin schreibt zwei. Simpy Katze eins. Ich entscheide selber. Ist unentschieden. Ich sage das hier. Ein paar Gewehre und Kisten mit Munition werden zum Zug hergebracht. Der Bürgermeister sieht nicht überzeugt aus. Die Dorf sind schwach und gar mit Waffen unerfahren, aber manche sehen entschlossen aus. Da bringt ein Soldaten in ihm bei, wie man damit schießt. Es ist nicht viel, aber ein ehrlicher Versuch, diesen Menschen zu helfen. Die Dorf werden zu kämpfen haben, aber die Soldaten haben getan, was sie konnten. Also, die sind aber schon ein bisschen komisch, die Dorfbewohner. Erst jammern sie rum, die wurden leer gekauft. Sorry, da verkauft man sowas nicht. Jetzt gibt man denen eine Schießgewehr zum Jagen und jetzt sagen sie Nö. Also, da kann man es nicht recht machen. Hey, die nur zu essen gegeben hätten, hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, wir haben kein Besteck oder was. Also, naja. Egal, was man macht, das macht eh immer falsch. Ich würde euch für nichts danken, wenn ihr Legionäre nicht gewesen werdet, wären wir nicht in dieser Situation. Haha, das ist ein sehr netter Typ. Seid dafür dankbar, was wir mit euch geteilt haben. Ja, würde ich auch sagen. Verlasst du zu Dorfen, kommt nie wieder hier, Dreckskerle. Sie sind ja echt sehr sympathisch. Zum Glück haben wir denen kein Essen gegeben. Charmin versteckt seinen Ton mit einem Lächeln, bereit dem Bürgermeister ein Gewehrschaft zu schlagen. Die anderen Soldaten merken es und schreiten ein. Schauen wir überlegt ein, zum Zug zurückzukehren, aber nicht ohne einen missgünstigen Blick in Richtung des Bürgermeisters zu werfen. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Diese Leute haben genug zu leiden. Toll. Und was hat es dir gebracht? Nichts. Aber gar nichts. Aber ich muss jetzt leider eines machen, Leute, ich muss euch rationieren. Es tut mir leid. Moral habe ich ja genug. Ja, passt. So, wir speichern auch vorher. Und dann würde ich sagen, ihr geht zum Zug zurück. Oder soll man gleich hier hinschicken? Nee, da fahren wir eh vorbei. Oder ihr geht gleich hierher. 3 und 8. Nee, ich brauche hier 4 Energie. Äh, 11 minus 4 ist 7. Nee, das passt nicht so ganz. Äh, geht zum Zug zurück. Ja, da müssen wir noch genug laufen. Was macht eigentlich, äh, unser Meister hier? Okay. Er wacht. Er baschelt. Mit nichts zufrieden sind die Leute. Das können wir doch irgendwo her. Pssst. Nicht politisch werden. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt sein. Warum nicht? Leute, ich brauche Nahrung. Ich brauche was zu futtern. Ich habe ein Problem. Hm. Nee, sehe ich eigentlich nicht ein. Okay, immerhin ein Tag Nahrung. Es mangelt an Alkohol, genau. So, wir machen hier eine Truppe arbeiten, weil da mache ich jetzt auch nur Hungrig. Minus ein Moral pro Stunde. So, jetzt lasse ich die noch kurz hier ankommen. So, dann macht mal. Holzhacken. Ja, ein paar gute Bäume. Der Baum muss von innen verfolgt gewesen sein. Der ist vorzeitig entzweig gebrochen. Die Splitter waren überall. Ich habe jetzt selbst eine... Oh Gott, das Film hat einen Splitter abbekommen. Das arme Kerlchen oder die arme Dame im Krieg und hat einen Splitter abgekriegt. Ja, genau. Kommt doch. Ja! Hälfte Gesundheit bald weg. Kommt schon. Echt. Euer Ernst. Was seid ihr denn für Soldaten? Euer Ernst jetzt hier? Echt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einen Splitter abgekriegt. Tüt, tüt. Genauso wie Katze. So würde ich auch mal sagen. Wurde sie verstehen, wenn der Baum durch einen durchgerammt wäre. So, boah. Dann hätte ich es auch verstanden, dass es ein bisschen wehtut. Kommt, kommt, kommt. Der hält nicht an. Nö. Aber komm, bevor ihr da... Bevor ihr hier noch abschwächelt, meine armen Kleinen. Aber ich habe langsam Essensproblem. Ich hoffe, ich kann dir irgendwo Essen kaufen, Leute. Es gibt da nicht mal in See in der Nähe gar nichts. Oh. Dein Zug hielt in einem kleinen Bahnhof. Es war unerwartet, in dieser Gegend einen zu finden. Ja, das stimmt. Plötzlich ist ein Bahnhof da. Ich stand auf einer kleinen... Äh, keiner hat einer Kappen. Hinter schmalen, aber hohen Bäumen beim Bahnhof stand ein Holzgebäude. Seine Fenster waren zerbrochen. Die Tür war aus den Angeln gehoben. Der Name des Bahnhofs stand auf einem Schild neben den Gleißen. Missiedlerwuff. Ordne eine kurze Pause vor der Abfahrt an. Fahre zu einem anderen Bahnhof. So, lieber Chad. Eins oder zwei. Ich zähle von zehn rückwärts. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. 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 Also Sibikatze, zweimal geht nicht. Du hast die zwei gewählt, Pinky die eins. Und ich entscheide für mich jetzt, weil es unentschieden ist, äh, die eins. Eine Gruppe Soldatenunterführung von Antonin beschloss, sein Bahnhofgebäude zu erkunden. Josef Leffi nähert sich dem Gebäude vorsichtig, während Rossitlaff, oh, Gott, das wäre so ein Name, sich auf die, äh, ach, das kann man sogar antriggern, wusste ich gar nicht, auf die umliegenden Wälder konzentriert und einen Hinterhalt erwartete. Ich rieche Essen. Gulasch. Riecht das noch jemand? Ja, mit Paprika und Zwiebeln. Verdammt, riecht das fantastisch. Als wäre Essen Butter gebraten worden. Äh, boah, ich kann mich doch noch umentscheiden, oder wie? Ja, Zwiebeln hat sich auf eh nicht eins gewählt. Aber nein, weil ich könnte auch ein Abstimmungstool machen, nur da es, äh, äh, das mache ich dann mal, wenn es richtig abgeht. Das lohnt sich nicht, das dauert, so lange es einzurichten. Und da kannst du auch nur einen Punkt wählen. Kannst nicht mehr zurückgehen? Verdammt, riecht das fantastisch. Als wäre es in Butter gebraten worden. Und gleich sind alle tot, oder? Sie folgten ihrem Geruchssinn. Sie liefen durch das anscheinend verlassene Gebäude zum Hinterhof. Dort stand eine kleine Hütte, die unter dichtem Bäumen verborgen war. Das innere Hütte wurde von einem einzelnen Kerzen in einer Laterne erhält. In diesem Licht erschien eine seltsame Person. Oh, oh. Pfui, pfui. Vom russischen Geruch hat man hier nie, äh, etwas gehört oder gesehen, sondern er ist von selbst gekommen. Dort stand eine alte Frau, faltig wie ein altes Perkament, oh Gott, wie nett umschrieben, die sich auf einen krummen Stock schützte. Ihre Adlernase verdeckte ihre kleinen scharfen Augen. Soldaten blieben draußen. Seid ihr aus den freien Stücken oder gezogenermaßen hier, meine jungen Leute? Das hängt davon ab, wir sind auf unseren langen Heimreise. Und wer seid ihr dann? Schleicht ihr um meine bescheidene Hütte herum? Schnuppert mein köstliches Essen? Wir sind die tschechoslaivische, äh, slopokaiische, äh, egal, Legion. Wir sind auf dem Weg nach Vlaliwostok. Dann seid ihr Slamen. Pfui, pfui. Wir kommen alle aus derselben Wurzel, meine guten, jungen Leute. Also, pfui, pfui heißt wahrscheinlich gut, gut oder sowas. Verschwindet jetzt. Ich möchte essen oder wollt ihr bleiben? Lieber Chat, eins oder zwei? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null! Achso, Pinguin, du hast gesagt, es soll VIP-Status geben. Pff, hast du nicht zu entscheiden. Also, eins habt ihr gewählt? Gut. Antoni zog zusammen und hatte plötzlich das Gefühl, als hätte ihm jemand mit der Hand über das Gesicht gestrichen und die warme Handfläche auf den Rücken gelegt. Ach, du meine Güte. Genau zwischen seinen Schulterblättern auf diese bloße Haut, bevor jemand reagieren wurde, sprach, Antoni. Auf Wiedersehen, tut mir leid, dass wir gestört haben und guten Appetit. Wartet, meine guten, jungen Leute. Sie schleppte sich langsam zu Hause, sie lief und flüsterte etwas. Dann ging sie wieder in ihre Hütte und schloss die Tür. Der Geruch von Gulasch verschwand, obwohl sie durch den feuchten, fauligen Geruch nach abgestandenen Wasser und Schweinemister setzt. Oh je. Antoni fragt trotzdem, was die alte Frau geflüstert hatte. Sie sagte mir, dass wir eine ihrer Schwestern besuchen, von ihr grüßen sollen. Aha. Ja, Pico, das weiß ja alles, ne? Sie sagte mir, dass wir ihre Schwestern besuchen, von ihr grüßen sollen. Na ja. Und was hat mir das Ganze jetzt gebracht, außer die langen Sätze, Gespräche und keine Ahnung was? Na ja. Bankhof Napaone hat sich ein aufgeregt wirkender Mann deinem Zug. Er hält einen deiner Soldaten an und wird beinahe im gleichen Moment verprügelt. Wie nett, netter Empfang. Er besteht darauf, mit dem Befehlzahn und Offizier des Zuges zu sprechen. Seine Kleidung hat schon bessere Zeit gesehen, aber sie nicht gewöhnlich. Du fragst dich, ob der Fremdte dem Militär oder der Regierung angehört? Ihr seid Degonäer, richtig. Slaven wie wir. Auch Slowaken. Du hast viel über den Zug, richtig. Ich habe etwas, was du brauchen kannst. Eine Waffe, eine neue. Zuverlässig. Kaufst du sie? Okay, lieber Chat, eins, zwei oder drei. In zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Null. Okay, zwei. Der Mann setzt ein längliches Paket ab, das auf den Rücken getragen hat. Als ein Soldat reingedreht ist, hä? Oh, ich kann keinen, ich kann nicht mehr lesen. Auf den Zitternden in den Händen schnüttelt er das Paket auf und hüllt ein langes Gewehr mit Zieloptik. Habe ich doch schon 20 Stück. Der Holzschaft ist poliert wie ein Museumsstück und mit einer Gravur versehen. Es war sicherlich Besitz einer aristokratischen Familie. Es ist neu, zuverlässig, amerikanisch. Winchester Pattern 1914 MK1. Hervorragend. Das Spiel ist wie ein Hörbuch, ja. Es wird euch helfen, Platybos Dog zu erreichen, ist ein Glücksbringer. Also zur Info, das habe ich ja gelernt in der Waffensachkunde. Winchester Patronen schaffen fünf Kilometer Reichweite. Hast du das Gestuhl? Wir haben doch abgestimmt, der Rest ist schon eingeschlafen oder bestellt sich gerade das geile T-Shirt, das du wieder an hast. Warum sitzt du das, kleine Soldat, das sein Leben rettet? Pass auf, was du sagst, kleiner Dieb. So, wenn du willst, sag ich, sag, was, sag mir, wie willst du mir dafür zahlen? Eins, zwei, drei, vier. Lieber Chat, eins, zwei, drei oder vier. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. So, vier habt ihr gewählt, dann ist es das. Aber ich brauche das Geld, was anderes. Habt ihr jetzt hoffentlich was zu essen da drin? Gasthaus? Ja, das ist halt so ein bisschen, hä? Es gibt nichts zu essen. Wo kriege ich Essen her, um Himmels Willen? Na ja, Moral ist nicht so weit unten. Okay, brauchen wir nicht. Äh, das bringt mir auch nichts. Was hat, nee, der hat nur das hier. Plus 20 Moral, volle Moral, Kaderschancen von 5%. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich brauche Essen, Leute. Brauchst du was von Essen? Gehen wir mal zum nächsten. Dörfle. Einer deiner Soldaten kommt auf dich zu, er hält etwas fest und klammert. Wieder, willkommen beim Hörbuch. Major, Sie wirken sich nicht ordentlich religiös, aber bitte seien Sie offen. Er übergibt dir den Brief eines einheimischen Priesters. Während du liest, haspelt der Soldat beflehnend das Stimme. Ein sehr guter Freund von mir ist in Gefahr. Die Rote Armee hat sein Dorf besetzt. Sie setzen ihm zu und er kann sich nicht verteidigen. Oh. Gegen das Protokoll verstoßen, ergreift Soldat seine Hand und hält sie fest. Ah ja. Die Situation wird beeinflusst, weil Franzis Korb über die Eigenschaft verfügt religiös. Bitte, Major. Dieser Mann ist fast wie ein Heiliger. Er gewährt den weißen Obdach und schützt die Schwachen. Hier in der Gegend pilgern viele Gläubige in dieser Kirche. Die Roten dürfen sie nicht zerstören. Dein Soldat ist in Drehennahe. Also irgendwie kommt mir so vor, dass das komische Soldaten sind, oder? Äh, ja. So stelle ich mir unser deutsches Militär vor. Muss ich jetzt abdrücken? Helfen Sie ihm, Major, im Namen von allen, was Ihnen heilig ist. Er lässt sich mit dem Brief und einem kleinen goldenen Kreuz zurück, das er dir in die Hand gedrückt hat. Doys Fooled. Ein Soldat, ich gebeten, einem Priester in einem nahen Dorf zu helfen. Das machen wir doch, würde ich sagen. So, wo ist das nahe Dorf? Äh, Töne Sieh, dann für die Heimkehr. Da. In einem nahen Dorf. Junge, was ist denn für dich nah? Das sind die, die auf dem Dorf leben. 20 Kilometer, pff, ist kurz ums Eck. Ja, okay. Dann machen wir jetzt erstmal hier. Danke. Für ein neues D-Shirt. Dankeschön, Pinguin. Danke für deine Spendung. Bist du aber nett. Kann ich mir bald neue Kleidung leisten. Ja. Ja, ich habe auch vor, selber eins zu gestalten. Ähm, aber, ja, bei der nächsten Twitch-Auszahlung überlege ich es mir. Aha, Pfeffer, Pfeffer, okay. Äh, auch ein Hin- und Betriebswerk. Hallo, wo soll ich denn das Geld herkriegen? Das verstehe ich bei dem Spiel nicht. Muss ich hier alles verkaufen, oder was, dass ich da was kriege? Das sieht man hier schon. Obwohl, hier würde ich 10.000 kriegen, für das ganze Holz. Dann könnte man sich das überlegen. Aber dann ist das ganze Geld weg. 4.000, 1.700, aber eigentlich will ich das gar nicht. Na, ich habe echt ein Problem. Also, was ich machen muss, ist, äh, Munition. Da gebe ich jetzt mal 200 aus. Genauso wie hier. Also, 400. Weil das brauche ich wirklich. Aber, essen brauche ich halt auch. Hm. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Guck mal da. Dann dürft ihr da hin. Und vielleicht hier, dürft ihr hin. Dann haben wir auch ein bisschen verteilt. so. Ort durchsucht. Schmied haben wir gebrauchbar Metall entdeckt. Sehr schön. Äh, plötzlich ein Wildschwein. Oh, wieder einer verletzt. Alles klar, Bigobin, schönen Abend dir und danke schön für deine Spende. ja genau, wo du gebissen hast. Ah, Essen. Essen. Ja genau, du gehst auf jeden Fall zurück. Das ist völlig in Ordnung. Oh, was ist los? Arbeitsunfall. Mensch, ich muss einen Arbeitsunfall melden. Da, da, da. Oh, Werkstattwagen. Na super. Boah. Hätte ich ihn nur rausgeholt. Okay. Ja gut, ich hab glaub noch ein bisschen Sanitätszeug, Dingsbums, Talala. Äh, das sollte ich vielleicht auch, nee, das gibt's ja nicht. Aber das guck ich mir nachher an, bevor ich dann im Dorf das mache. Okay. Entschade Berichts, wir haben die Gegend nach brauchbaren Dingen durchkämmt und nochmal essen. Ja, jetzt geht's los. Okay, dann würde ich sagen, ihr auch zurück zum Zug. Weil, da muss ich noch einen Trupp zusammenstellen. 66, jetzt kann ich auf jeden Fall äh, den nicht. Obwohl, ich lasse es mal noch auf niedrig. Was ist denn nochmal Hunger? Äh, ein Moral pro Stunde. Gesundheit, Moral werden beim Ausholen, Erholen nicht wiederhergestellt. Okay, dann mache ich lieber volle Ration. Dass gesundheitlich schon ein bisschen hergestellt wird. So, kommen wir dann ein bisschen gegen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Zurück kann ich nicht mehr. Da ist auch noch ein Dorf, da kann ich aber nicht hin. Hüt, hüt! So. Gehen wir noch über die Brücke. so. Äh, muss es essen hin. Hm. Hoppola. Da haben die aber richtig, äh, gefuttert. Okay. Interessant. Naja. Gelächter. Vielen Dank.